Tja, hat irgendwie nicht geklappt, glaube ich Ja, ihr habt gemerkt Geht da auch ne Führung, nein Oh, Alter, was machst du? Nein, das hab ich mir noch im Kopf geschmissen Soll ich dich umdrehen? Nö, nö, geht schon Müllabfuhr Also schön auf der Straße geräumt Oh, was machst du hier? Danke Vielleicht hab ich dir ein paar Ampeln da auf dem Weg gelegt Ja Ist aber gar keine Nur damit du auch den Weg findest Guck mal, so schnell ist wieder Tag, du Ah, der springt immer so Der Wagen, ne? Ich weiß, dass wir von der Lenko reingeklatscht haben Ja, das ist einfach ein scheiß Auto Ja, schlecht aussieht, oder? Ja, trotzdem Der sieht ein bisschen aus wie ein BMW von hinten Nur der Benchy, der ist einfach viel besser, man Kannst du sagen, was du willst, ist halt so Oh, wie mies Oh nein Ich bin wieder gedreht Die Betonung liegt auf WIDER Ja, die Flaster Na, ist doch so Ich bin unfallfrei seit drei Metern Nein Nope Ja, scheiße Philipp, noch hast du nicht gewonnen, ne? Ja, das ist auch gar kein Ziel, das ist ja Alter Alter Oh, schmeiß ich doch nicht aufgekommen Ich bin immerhin Ich warnsaugen, Mann. Oh, ja, nein. Komm, Philipp. Klox hat so oft auf uns gewartet, jetzt warten wir mal auf ihn. Ja. Außerdem ist dein Rücklicht kaputt. Bitte reparieren. Fahren Sie bitte die nächste Werkstatt an. Äh, warten. Nö. Oh. Wenn du keine Ironie verstehst, wohl. Aber danke. Philipp, das war klar, dass du anhältst. Ja. So langweilig, wenn du so weit auseinander bist, ja, ne. Ja, ist richtig, ich warte, komm. Jetzt warten wir mal wirklich. Warte, wisst ihr was? Wir warten jetzt wirklich die letzte Runde. Und die fahren wir dann nochmal so, als wenn es die erste wäre, okay? Ja, wir müssen aber ab Start hier vorne stehen bleiben. Ja, das ist schon richtig. Naja, ich bin auch besser. Boah, wir machen noch Platz für den Kopf, oh, genau, schon. Danke. So. Drei. Zwo. Eins. Los. Wir springen alle gerade raus. Wieso hast du Angst? Wieso hast du Angst? Fischi da. Okay. Philipp, du verdammter Hurensohn. Alter, ich... Ich find dich gleich, du Huhnsohn, Alter. Ich komm gleich zu dir und ich hau dir so die Fresse ein. Was ist gegen so ein Pfeiler gefahren? Ich hab irgendwo geparkt hier und ich weiß ehrlich gesagt nicht wo. Wir halten gleich nochmal an und fahren nochmal an den Start. Oh, ich rede nicht fast schon da. Wir gucken, wer die beste Rundenzeit hat, hat halt gewonnen, okay? Ja, hast du sowieso die beste? Nein, hab ich nicht. Doch. Hm, hm. Doch, doch. Echt? Ja. Ja, dann hab ich wohl gewonnen. Wo der Herr fährt, der Idiot? Ja. Ja. Machst du doch Strandurlaub, oder? Jo. Tadaa. Oh, ich hab wirklich eigentlich ne gute Zeit. 2 Minuten 1. Wann machen wir jetzt? Jetzt spielen wir irgendeinen anderen Modus. Ich wär ja immer verkopft so ein Gangster. Ich weiß nicht. Ich muss aber noch ein paar Leute dabei kriegen. Ne, das ist richtig. Ach ja. So, und gleich nehmen wir dann noch GT5 auf, hol? Ich hab echt Bock auf dieses 24 Stunden Rennen, ey. Und dann wirklich jetzt hat ich schon durchgefahren, oder was? Hm. Also wenn ich Urlaub hab, denke ich, mach ich das auch mal. Es gibt zwei 24 Stunden Rennen. Wie jetzt? Einmal in dem Moor und einmal in, äh, Nordsteif, oder was? Hm. Ich glaube. Ich muss auf jeden Fall zweimal fahren. Ich glaub neun Stunden Rennen. Und drei Stunden Rennen. Mach mal neblig und Online-ID-Anzeige aus. Wo fährt er denn? Oh, da. Das fällt mir aber noch an. So, sollten jetzt mal ein paar Leute kommen wollen. Die Gangster müssen ihren Boss in Sicherheit bringen. Die Kops müssen den Boss ausschalten. Der Boss ist durch das Fadenkreuz markiert. Das ist jetzt der Spielmodus. Alle gegen einen. Nein, alle für einen. Die Gangster müssen aufeinander aufpassen, während die flüchten. Die Kops müssen die Gang erledigen. Es gibt nur eine Chance. Vertut sie nicht. Hört sich doch irgendwie geil an, oder? So, habt ihr mal ein paar Leute auf der Liste, die online sind? Ne. Wo haben sie auf die Wacken und hier ne? Ne, wenn wir da ohne. Ich glaube, man kann mal lange warten. Ja, wir machen einen anderen Modus. Hm? Wir machen einen anderen Modus. Indefinite. Ja, kann man mal gucken, ne? Ach, Kops und Krox ist eigentlich geil. Du, verdammter Wichser. So, das war wegen eben. Ähm, was machen wir denn für einen Spielmodus? Ähm, Mafia-Jobs, hätten wir Car-Jacker. Ja. Erzählt mal was, Leute. Ja. Oh, sieh, mein Laber macht aber selber was. Ja, du, du brauchst nicht Labern. Dein Gelaber hat mir gestern Abend schon gereicht. So, erzähl. Bei der, die das Orgier. Jo, bei die Orgier. Die, der Orgier, das Orgier, die Orgier. Gut, mit dem Englischen hast du es so leicht. The Orgier. Das hört sich irgendwie irgendwie G-Orgier. Tja. Das hört sich noch mal. Oh. Was ist denn hier? Ja und? Na gut. Das ist ja der 5. Die Leitung. Dadah da-da-da-da-da-da... ... Tja aber gucken, ob jetzt noch jemand hier reinkommt. Na, ich weiß doch nicht. Ja vor allem, wir können ja nicht mal die Teams wechseln. Tchö. Tchö, was sollen wir machen? Ja, gute Frage. Wir können ja rein theoretisch auch die Aufnahme beenden. Weil wir haben jetzt 53 Minuten. Jo.